Hier sind wir von fünfm Stock. Ein super schöner großer Kronnöchter. Und hier unten ist die Rezeption. Und noch mal ein Repetiver ist dann das Restaurant und die Spezialität des Restaurants. Und hier sind dann verschiedene Bars und Restaurants. Und hier geht es dann zu den Zimmern. Wir haben ein schönes Familienzimmer mit separat abgeteilten Schlafbereich für die Kinder und für die Erwachsenen. Das finde ich auch recht schön.